ja willkommen mein name ist dann die europäische zurück zum display kindermix raus hier verdammt in der letzten folge haben wir das wunderland und den tiefen dschungel nach schätzen und was weiß ich nicht alles abgesucht jetzt machen wir weiterhin agava nichts mit story und so nähe wir tun jetzt erstmal alles erkundet ja nicht schön mein agava gibt es auch viele sachen wo man nicht hin konnte ich glaube in der wunderhöhle ist das meiste aber ja nun schon ein paar sachen ok und gründer triotech bäms meiner meiner kann sich in travers auch noch ein getrier text ich nicht sucht habe guck mal am besten nach aber nicht jetzt so weit haben wir dennoch alles abilität mäßig ein in den ihr und schattet ab jetzt kacke spricht jedenfalls nicht so meinst du die base geht und noch ein ja schon wenn dieses ein viecher kaputt machen da vom palast meis ich bin auch alle mit einschlag aber hier aber aber könnt ihr jetzt wagen man sich ja extra schwingen naja glaube hier in der stadt haben wir alles das als andere neu in der wunderhöhle da oben vielleicht war auch schon leichter dann machen wir mal also nicht lagerhof das glaube ich nicht viel jetzt mal jedes einzige ab und seltenen erzogen aber ja auch schon der gefunden haben wir besiegt ist ja nix war ja so tun aus einer wunde da gibt es eine menge sachen glaube ich dich noch nicht erholt habe jetzt hier nichts ist an seiner stadt fertig da es war da habe ich noch jetzt hin das schnapp ich mir teil spirit gummi oder sprit gummi verdammt muss nicht meine aufnahmen sehen textpunkte abkassieren entschuldigung dort ein timing mit aero ist nicht perfekt das ist auch eine witzige aufwärts mit seinen jetzt immer noch aero diese fische einfach mir um die ecke kommen wir in faust schlag geben da liegt was so habe ich das nicht aufgenommen na danke und dem money money game your money hier total sinnlose animationen so nur damit der tipp schnitt daseinsberechtigung hat in diesem spiel nach dem weg weg und jetzt na gut dann ist auch der weiße trio fechner ja ich weiß noch weiß ich hab dir es war ein zauberabzug wären verdammt da ist die erste truhe die war schon mal holen können klappt hat ja was ist der unterschied zwischen den roten und dem blauen ich sehe keinen einzigen war der gleiche müll drin ich wusste es ist irgendwo da unten und mit vollzermalm vernehmt sehr schön okay irgendwo da oben da oben ist nichts wie darauf erst mal wird sich hier nix hilfe das war jetzt nicht nett da ist eine truhe punktlandung so gut wie für die einfach darunter sehr schön wir haben die schlauze voll jetzt mache ich zu zieht an aufgrund geht der reicht noch gravidra kommt schon ich brauche gravitas meister weiß man nicht wofür aber ich wollte mir einfach war das problem ist mit dem zauber ich glaube manchmal zeitmäßig komplett hin da kann ich sagen dass ihr speichern jetzt weg ist da die dort nichts gemacht natürlich haben wir exakt nach so klar wir auf zu tanzen schwebt in der luft so richtig produktiv was wir hier machen in den letzten parts so der rest von eke ist euch ich will ja speichern ja ich ziehe ich auch mit boner tatsachen zurück piste ich man hat auch noch nicht mal wieder auf das große loch kaputt einfach mal eiskalt gepflegt war da was sehr schön vorkommen über porten in die alten bilden zurückkommen als weggekriegen warum ist jetzt hier nicht mehr sicher war ein speicherpunkt vorher da war es mal okay danke ich möchte dass ihr speicherpunkt einfach weg geht macht man nicht habt ihr schnauze vorher so hier waren glaube ich auch ein zwei sachen noch hier nur wieder da kann ich auch so berühren und da haben wir da martina und das praten mit rät hast gar okay dann ist es gar nicht mal so schlecht glaube ich glaube ich antrieb für komische welcher sehen wenn ich das geschäft baue ich glaube jetzt war es das auch hier davon kam ich also jetzt kann ich verstehe vielleicht ein wasserfall hoch schwimmen können da war vorher war ein bisschen doof nur keine barsche oder weiß ich welche fische machen hat noch mal so noch barsche oder gegen den wasserfall schwimmen dagegen die strömung irgendwie soweit keine ahnung von fisch ich bin noch sternzeichen für stadt reicht okay wo ist jetzt der stiller hat klingt die speicherpunkt ist aber nicht wie komme ich noch mal dahin der schatten machen wir jetzt wie die barsche vielleicht so hier war jetzt richtig ich glaube wir haben wir alles daraus hier verdammt da hat siehst du dann eigentlich monster dran aber ich kann nicht so gut bestimmen ob wir ein monster immer landen also was macht wer du trafst nicht auf eher wie du tauchst nicht auf wussten aber auch der seltene herzlose hat weil jetzt gar nicht wer du tauchst nicht auf danke danke und riesiger wahl der durchs all schwimmt wurde jetzt er sich euch da seid wir auf bei sleep kann ich den wahl ich nicht mehr leiden nein das war jetzt nicht direkt ein spoiler für king of mars bei sleep nicht wirklich das schiff ist neu hier wie hat er die den geppetto und den pinocchio bitte schon raus gepustet ohne eine ganze immobilie mit raus zu spucken also gezielt genießt gleich sehr selten herzlosiger da woher ging dieses wie es hat mich noch mal tentakel viech gekämpft haben was weiß ich paratakel irgendwie sowas wie so ein beschissener name blau triothek ist ja noch fahrt ich hab dir noch nicht wenn man da sagen ob ich ja ich habe ich glaube weil ich einfach direkt gelten habe ich den vergesst noch mal zu machen oder ja da sind wir ja hier no harm dann mit realärzt die sind jetzt nicht mehr mit ein schlag tot die sind glaub ich unsere throne und so ne du nein ich wollte ich da hoch ja du bitte ja bei mir ist die ganze so ein fragezeichen ja was muss ich machen wówne ja denn mir machen mich wiosern ich werde ganz du wohnen wohnen blöden wie ich habe ich den meinen tag hoch jetzt sondern dann kann ich mal gucken was ich machen muss ja ja schon durch körper soldat ein neuer weg machen habe ich irgendwie im blick ab jetzt bestimmt hier pink umgehe dann hab ich dir einmal hasi tage genau ja zu seiner original aus ich glaube noch ein bisschen dunkler geht man jetzt einfach die einzelnen teile so was will denn von uns natürlich doch der 2 keine ahnung jetzt kann ich ja nicht wieder abhaugen ja heute also ich das spielt hast du den geist erledigen soll es hat sich das ganze spiel rage quit bands fußes eingeschlafen das bier aus bitte keine ahnung ich dachte wie ich machen muss nicht mehr aber egal weil ich mir jetzt weil du nicht wenn du denken könnte werde ich vielleicht wieder gegen den einsetzen soll oder wir haben die bitte schön wir haben so bitteschön den fisch aus ein fisch glas ausgenießt ohne sein fisch glas auszunehmen die kenten hat haben den ganz zufällig neu so rausgefischt bevor die raus genießt worden sind wir jetzt mit denen los man auch du lass mich hier navigieren auch du lass mich hier navigieren auch war 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 genau so sollte er tot sein ganz doll du das war kein fisch tut mir leid das fass war unschuldig wir suchen mir die gegend ganz gut hey ich war unter geschossen dicke denn soviel empfangen dort hat jetzt gar nicht mehr so eine mp knapp weil so viele hat da ist eine truhe ist doch ich habe noch nicht alles aber nicht gehen als träger näher man hat auch damit wie viel von euch kommt denn noch herr war es das gehört ich mir gedacht was er noch was hallo final elixier und nach so irgendwie dann kommen können okay natürlich nur mit rege auch 1 watt nein ich bin dann wieder zurück ich geh jetzt auch wieder zurück hier tschüss so was ich will dann brauch 1 alter was ist das macht keinen sinn ich war noch im bauch fünf und vier ich glaube ich jetzt weiß es wird ich dabei 55 das nicht warum ich das machen wollte hier hat es braucht hier was innere system von diesen weil macht keinen sinn kurz vor allem ab also 1078 punkte es kurz davor ja ja die teufel durch seine wampfs durchlaufen und stark genug so ganz groß und stark das war ja auffällig glaube ich werde noch halloween town und nimmerland und mal und haben war glaube ich alles lantika ja ja gut ich würde sagen ich bin die part hier und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play kingdom als final mix ich blanke mich alle zu schauen sagt tschüss bis zur nächsten folge